Alle paar Jahre kommen Videospielmeisterwerke auf den Markt, die einem Gamer nochmal richtig zeigen, warum man eigentlich zockt. Herzlich Willkommen zu meinem Ersteindruck von Zelda Tears of the Kingdom. Viel Spaß! Degg zockt! Ja, wie ich beim letzten Mal angekündigt habe, wollte ich zum Intro dieser Folge nochmal über den Mood sprechen oder wie man sich fühlt, wenn man beim Zocken, sag ich mal, auf die Inhalte trifft oder auch beim Serien- und Filmeschauen. Aber manchmal gibt es halt einfach Spiele, die so brutal perfekt sind, so offensichtlich rund und 100% auf Spaß getrimmt, dass es völlig egal ist, wie man drauf ist und es zwingt einen quasi förmlich dazu, Spaß zu haben. Und auch hier, so ein Spiel ist Zelda Tears of the Kingdom. Und auch hier ist nochmal ein Punkt, wo man einfach drin versinken kann, wo man nicht an die Technik dahinter denkt und wo man sich alle zwei Minuten fragt, ey, sind das hier eigentlich gerade 30 FPS oder ist es weniger oder ist es mehr? Oder wo man nicht die nächsten zwölf Minuten hoffen muss, mal ohne fünf Bugs oder Glitches irgendwie durchzukommen, sondern wo man einfach spielt, drin versinken kann und sich keinen Gedanken über die Technik machen muss. Und solche Spiele schafft heutzutage meines Erachtens nur noch Nintendo. Jetzt mit dem Zelda und auch Zelda Breath of the Wild oder auch zum Beispiel mit den Mario 2D oder 3D Spielen, wo man einfach nicht drüber nachdenkt, ach, das ist ja hier eigentlich gerade eine Maschine, die das Ganze macht. Weil das ganze Ding so mit Leben und mit Liebe gefüllt ist, dass es quasi irgendwie atmet und man nicht ständig irgendeinen Bug oder sowas vor Augen hat und der einen wieder daran erinnert, ach Mist, ich bin ja hier doch gerade eigentlich nur in der Videospielwelt. Und so viel zum Intro. Was ist Zelda Tears of the Kingdom? Im Endeffekt ist Zelda Tears of the Kingdom alles, was Breath of the Wild ist, nur anders. Es ist ein völlig verrückter Baukasten aus Spielmechaniken, Werkzeugen und einer völlig verrückten Spielwelt. Ich möchte die Punkte dann gleich alle nochmal näher beleuchten. Was man hier erleben kann, kann man kaum alles jemals jemandem erzählen und jeder wiederum erlebt was völlig anderes. Alle spielen das gleiche Spiel und gleichzeitig keiner spielt das gleiche Spiel. Es ist völlig verrückt im positivsten Sinne, das werde ich jetzt auch noch ein paar Mal sagen. Und Nintendo hat es geschafft, das gleiche Gefühl, diese extreme Neugierde in Tears of the Kingdom wie auch schon in Breath of the Wild wieder zu wecken, aber dabei völlig anders vorzugehen. Denn die Fähigkeiten, die man im Vorgänger hat, sind quasi ersetzlos gestrichen und durch völlig neue Fähigkeiten ersetzt. Und die möchte ich jetzt mal ganz kurz beschreiben. Es gibt zum Beispiel die Ultrahand. Die ist am ehesten noch vergleichbar mit dem Magnet-Tool aus dem Vorgänger. Damit konnte man Dinge in die Luft heben. Aber jetzt kann man nicht nur Dinge in die Luft heben, sondern Dinge aneinander kleben. Und das klingt erstmal ziemlich simpel, aber man kann quasi alle Dinge irgendwie aneinander kleben. Du findest einen Baum, du fällst den, dann hast du einen Baumstamm, dann kannst du den an irgendwas anderes rankleben. Du hast Ventilatoren, Raketen, Bomben, Bretter, Räder, Heißluftballons und, 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 die du alle irgendwie aneinander kleben kannst. Und das ergibt einen quasi schier unbegrenzten Baukasten aus Dingen, die man wann, wo und wie zusammen kleben kann. So viel und so oft, wie man will. Und dabei kommen natürlich völlig verrückte Dinge ans Tageslicht. Und ich denke, da wird es auf Jahre noch Content bei YouTube geben, wo irgendwelche Leute irgendwelches Zeug aneinander geklebt haben. Und dann entsteht da irgendwie plötzlich ein, keine Ahnung, Kampfkoloss oder was auch immer, der dann durch Hyrule läuft. Die zweite Fähigkeit ist die Fusionshand, Synthese genannt. Damit kann man Objekte aneinander fusionieren. Zum Beispiel ein Schwert mit einem Pilz fusionieren. Da hast du ein Pilzschwert. Manche Dinge sind sinnvoller als andere. Du kannst an deinem Schild irgendwelche Sachen ran fusionieren. Eine Sprungfeder oder Rollen. Und dann kannst du auf deinem Schild lang rollen oder was auch immer. Du kannst das mit Flammenwerfern verstärken. Alles. Man kann einfach alles an dieses Schild rankleben. Und man kann auch Pfeile zum Beispiel mit Dingen ausstatten, was extrem praktisch ist. Wurde ja auch in dem einen Trailer gezeigt. Du hast ein Auge von einer Fledermaus, synthetisierst es an deinem Pfeil und dann hast du einen Suchpfeil, der dein Ziel targetet. Und so weiter. Und auch hier gilt es quasi bei der Ultrahand. Ich denke, hier wird es noch auf Jahre irgendwelche Kombinations- und verrückten Dinge geben, die irgendjemand entdeckt hat. Dann gibt es noch ein Feature, Zeit zurückspulen. Das ist auch relativ simpel eigentlich. Man hat Dinge, die sich bewegen. Zahnräder, Steine, die vom Himmel fallen. Oder Dinge, die man selber durch die Luft schleudert. Und dann kann man die Zeit von diesem Ding, was sich bewegt hat, wieder zurückspulen. Das heißt, Dinge, die vom Himmel gefallen sind, fallen dann quasi den Himmel wieder hoch. Oder eben die Zahnräder, die drehen sich dann halt rückwärts. Und auch dafür gibt es unglaublich viele Kombinationsmöglichkeiten von Dingen, die man da irgendwie wieder zurückdrehen kann. Und dann gibt es noch ein neues geniales Feature, was ich tatsächlich auch extrem oft benutzt habe schon. Diesen Deckensprung. Wo man sich einfach durch... Ja, die Decken müssen relativ nah über einem sein. Ich schätze mal so 10, 15 Meter. Wo man sich durch die Decke teleportieren kann sozusagen. Und an der Oberkante des darüberliegenden Gewölbes oder Objekts, geht auch durch Hauswände, durch Decken, durch Dächer, obendrauf ankommt. Und so kann man natürlich auch in die Dreidimensionalität ohne ewig langes Klettern völlig neue Dinge entdecken. Und auch dafür gibt es natürlich wieder Rätselspaß, der überall mit eingebaut wurde von den Entwicklern. Dann gibt es wohl noch ein geheimes Feature. Das habe ich noch nicht entdeckt. Also bitte nicht spoilern. Und jetzt kommt eigentlich nochmal ein spannender Punkt zu diesen Fähigkeiten. Denn für all diese Fähigkeiten, die für sich selbst genommen schon extrem mächtig und eine unglaubliche Varianz ermöglichen sind, kommt jetzt noch dazu, dass man die alle dann auch noch miteinander und untereinander kombinieren kann. Ja, man kann irgendwelche Steine zusammen fusionieren. Dann kann man die durch die Luft fliegen lassen. Und dann kann man die mit der Zeit zurückspulen. Und dann schlagen die einem Gegner um die Ohren. Oder was auch immer. Und auch da gibt es wieder unfassbar viele Möglichkeiten, dann die Sachen, die untereinander schon cool sind, miteinander auch noch zu kombinieren. Und es entsteht eine extreme Varianz an Spielfreiheit. Eine Spielwiese sozusagen. Und beeindruckend ist, wie immer bei Nintendo, klingt erstmal alles ziemlich simpel. Dinge hochheben, Dinge zusammenkleben, Zeit von bewegten Objekten zurückschrauben und durch Deckenspringen. Aber es gibt halt einfach eine unglaublich überwältigend riesige und kreative Spielwiese aus Dingen und Locations, die all das miteinander kombinieren und erfordern und super kreativ irgendwie umsetzen. Und dann funktioniert es halt einfach. Und jeder kommt irgendwie ans Ziel. Jeder macht irgendwas und denkt, joa, wird schon irgendwie passen. Und du kommst ans Ziel und dann funktioniert es auch noch. Und jeder wird sehr wahrscheinlich irgendwie einen anderen Weg gehen. Und das spiegelt sich dann natürlich auch in der Spielwelt wieder. Bevor ich zur Spielwelt komme, die ist nämlich auch genial, komme ich noch zu einem Punkt, der auch interessant ist. Das sogenannte Pacing. Ich weiß nicht, ob alle Leute den Begriff Pacing kennen. Es ist ja quasi die Abwechslungsreihenfolgen sozusagen, die den Gameplay-Loop immer wieder unterbrechen. Das heißt, man kann ja im Spiel Dinge tun. Kämpfen, Rätseln, Quests erledigen, Rohstoffe sammeln, einfach nur erkunden, mit Leuten quatschen und so weiter. Und das Pacing bedeutet quasi die Abwechslung von diesen Dingen. Wenn ich immer nur kämpfe, dann wird es irgendwann langweilig. Wenn ich immer nur Rohstoffe grinde, dann wird es irgendwann langweilig. Das heißt, das Pacing macht eine Mischung aus all diesen Dingen. Und das am besten immer wieder schön hintereinander weg, sodass man gar nicht merkt, dass man gerade eigentlich Rohstoffgrind war, weil dann plötzlich noch ein Rätsel gelöst hat zwischendurch. Oder ein Gegner kam oder eine Quest, die einen zwischendurch überrascht hat. Sodass einem quasi gar nicht auffällt, dass man da gerade eigentlich nur ein Spiel spielt. Also man ist einfach direkt drin. Und auch hier gilt, die Entwickler sind einfach in allem perfekt, was sie machen. Das heißt, sie wissen immer in jedem Moment, was sie gerade tun. Sie bauen ein Level, sie sind sich immer da gewahr, was machen sie eigentlich gerade. Und sie sind sich sicher, okay, wir machen ein Spiel für die Switch. Eine mobile Konsole. Und dadurch hat das Pacing wie so eine Art Mobile-Game-Pacing, was aber in dem Fall wirklich im positivsten Sinne gemeint ist. Also man kann einfach fünf Minuten irgendwie am Bahnhof stehen. Der Zug hat mal wieder Kurzverspätung. Und in diesen fünf Minuten schafft man schon was. Weil es nie Dinge gibt, die einen irgendwie zwei Stunden kosten. So wie in anderen Spielen, wo man denkt, oh, gehe ich jetzt in die Mission oder gehe ich jetzt nicht in die Mission, weil eigentlich habe ich gerade nur eine halbe Stunde Zeit oder so. Sondern bevor die Dinge langweilig werden, bevor die Dinge anstrengend werden, ist man schon wieder zwölfmal abgelenkt worden und durch andere Dinge. Und das ist wirklich ein Meisterstück an Pacing. Also perfekt, auf den Punkt. Es wird immer, wenn die Dinge irgendwie gerade langweilig werden oder sowas, aber sie werden gar nicht erst langweilig, ist es auch schon wieder vorbei und es kommt schon wieder der nächste Wahnsinn auf einen eingestürzt. Die Spielwelt nämlich. Und auch die Spielwelt ist ein Level- und Weltdesign ist ein absolutes Meisterstück. Zumindest was die Inseln und die Oberwelt angeht und die Schreine. Ein absolutes Meisterstück. Man läuft zwei Meter und ist schon wieder mit den Augen irgendwo an irgendeinem Punkt, der interessiert. Dann geht man da hin und es ist auch was Interessantes zu finden. Garantiert immer. Und was ich auch cool finde an der Oberfläche, gibt es jetzt auch neue erkundbare Höhlen. Die sind aber sehr abwechslungsreich und flott gestaltet, zum Thema Pacing. Und es gibt immer irgendwie belohnende Dinge zu finden, Materialien oder Rüstungsteile. Mal den ein oder anderen schweren Gegner. Aber auch hier gilt, es gibt immer irgendwas zu, immer irgendeine Belohnung oder was auch immer zu finden. Das Einzige, was ich irgendwie komisch fand beim Weltdesign, ist, warum verschwinden die alten Türme plötzlich oder die alten Schreine? Die sind ja komplett weg aus Breath of the Wild. Und es gibt ja jetzt neue Schreine, aber okay. Das ist so ein kleiner Punkt. Die sind einfach weg. So wird auch nicht weiter erklärt. Beziehungsweise im Endeffekt haben die Entwickler ja absolut genial und einfach mit einem einfachen Mittel erklärt, wie diese drastischen Änderungen auf der Spielwelt, die man ja eigentlich schon aus Breath of the Wild kennen müsste, wie diese ganzen Änderungen passiert sind. Da gibt es eine ganz einfache Story-Erklärung für. Und dann ist die Spielwelt jetzt einfach neu. So, fertig. Und dann denkt man eben auch weiter nicht drüber nach. Und das gilt dann vielleicht auch für die Türme und die alten Schreine. Für die alten Türme und die alten Schreine. Und dann gibt es noch eine Unterwelt. Die ist auch komplett neu. Da bin ich noch gar nicht so weit. Ich habe da schätzungsweise 10 bis 15 von diesen großen Leuchtsamen aktiviert. Und die ist augenscheinlich auch echt riesig. Ich würde sagen, genauso groß wie die Oberwelt. Aber ganz sicher bin ich da noch nicht. Jedenfalls ist die gewaltig groß. Und da habe ich bisher noch nicht so viel Spannendes gefunden. Ich habe da irgendwie eine Festung gefunden. Die war mir aber noch zu schwer. Und ansonsten finde ich es da tatsächlich ziemlich düster. Und langweilig. Auch von der Gestaltung her. Es ist alles eine Farbgebung und so. Mal schauen. Also da bin ich bisher noch. Das ist so der eine der Punkte, wo ich noch nicht so 100% überzeugt von bin. Von dem, was da drin sein mag. Aber generell, wie gesagt, auch für die Oberwelt und für die Inseln oben ist diese Kreativität, mit der die Level gebaut wurden und dann in der freien Welt zusammengesteckt wurden. Dann wiederum als ein Großes und Ganzes. Das ist, wie gesagt, vielleicht wirklich das Beste, was ich jemals in irgendeinem Computerspiel gesehen habe. Sogar besser als Elden Ring. Also in Elden Ring ist die Spielwelt toll. Und ist toll gestaltet. Und das Art Design ist natürlich vielleicht nochmal ein Punkt geiler. Ja, wenn man irgendwie auf diese alte Festungsschlossfestung guckt oder auch da gibt es ja eine Unterwelt in Elden Ring. Die gefällt mir auf jeden Fall. Das kann ich jetzt schon sagen, deutlich besser als in Tears of the Kingdom. Aber wenn man in Tears of the Kingdom oder wenn man in Elden Ring ein Rätsel findet, eine Location mit einem Rätsel oder sowas. Dann gibt es da dieses Rätsel und dann gibt es da vielleicht nochmal ein Rätsel zu lösen oder sowas. Dann hast du zwei Rätsel in einem. In Tears of the Kingdom hast du teilweise, es stuft sich so ein Rätsel dann in sieben oder noch mehr Schichten ab. Man findet irgendwie eine Location, eine Wolkeninsel. Dort gibt es einen Schrein. Und dann muss man erstmal lösen, wie komme ich zum Schrein oder wie öffne ich den Schrein. Was auch immer. Dann gibt es da Crocs zu finden. Es gibt schwierig zu erreichende Kisten. Es gibt Bastelrätsel mit der Ultrahand. Es gibt Jump'n'Run Passage, ein Kleberätsel. Und noch mehr. Alle Dinge, die dann irgendwie aneinander gefügt werden, sodass du Rätsel im Rätsel im Rätsel und es auf sieben bis, keine Ahnung, zwanzigfacher Ebene hast, bis du dann an diesen Schrein gekommen bist. Und es ist unfassbar, mit welchem, sag ich mal, was für ein abstruser, im positivsten Sinn, abstruser Ritt durch die Mechaniken, dann da gefordert ist. In einer so einer Location und was du für verrückte Dinge machst. Und alle machen es, wie gesagt, irgendwie anders und es funktioniert einfach. Auch die Schreine. Ich habe circa 20 Schreine jetzt gesehen. Und keiner davon ist irgendwie langweilig. Dich alle sind unfassbar kreativ, 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 liebevoll und rund gestaltet. Und ich hätte mir, ich hatte überlegt, ob ich Beispiele aufschreibe, um diesen wilden Ritt quasi durch die Mechaniken mal zu beschreiben, was man alles machen kann. Aber ich denke eigentlich, ein Großteil des Spaßes kommt gerade dadurch, dass man vom Spiel alle paar Sekunden wieder überrascht wird, dass man diesen irren Kram wirklich machen kann. Und dann will ich es jetzt eigentlich gar nicht sagen, weil man muss es halt einfach erleben. Das Spiel überrascht dann halt auch alle paar Sekunden mit irgendeinem Schreien, in dem du dann halt irgendwas machst. Und du denkst, mach ich das hier gerade wirklich? Und es funktioniert auch noch? Wie geil ist das denn so? Deswegen will ich es eigentlich gar nicht spoilern. Also das kann ich nur so warm empfehlen, wie es ist. Einfach selber erleben. Und ja, das ist wirklich ein Meisterstück von Spielwelt und Leveldesign. Da komme ich auch gleich an einem anderen Punkt nochmal zu, beim Thema Schwierigkeit gerade. Und was ich noch kurz zur Spielwelt sagen möchte, die Entwickler sind sich halt, wie gesagt, im Moment bewusst über ihr Spiel, über die Switch, über die Technik und über die Mechaniken. Und dadurch wird diese Welt halt so zusammengebastelt, wie sie halt ist. Und dadurch ist sie halt dieses Meisterwerk, was sie ist. Ja, also jeder, der irgendwie Leveldesign oder sowas studiert, sollte sich dieses Spiel angucken. Ich glaube, ich meine, die Metacritics sagen es ja auch, eine 97 von 100. Viel Luft nach oben ist da nicht mehr oder gar keine. Es ist einfach, einfach perfekt. Also kann man nicht anders sagen. So, jetzt möchte ich noch, bevor ich zum Thema Schwierigkeitsgrad komme, wurde ich nämlich gebeten, auch mal über die Elterntauglichkeit, weil ich mache ja hier schließlich einen Daddy-zockt-Podcast, auch mal über die Elterntauglichkeit zu sprechen. Und naja, also ich habe hier ein ganz, ganz klares Jein zu Leuten mit wenig Zeittauglichkeit. Ein ganz klares Jein, denn ja, Zelda Tears of the Kingdom wird ein sehr, sehr langes Spiel sein. Ich habe jetzt circa 15 Stunden gespielt. Ich habe jetzt nicht nochmal geguckt. Ich weiß auch gar nicht, ob die Switch einem das anzeigt, aber so in dem Dreh, 15 bis 20 Stunden. Und ich habe noch keine von den Hauptaufgaben gemacht. Beziehungsweise, wenn man dann unten angekommen ist, auf der Oberfläche, gibt es natürlich noch so die ersten Hauptaufgaben, aber dann wird man, so wie wir auch in Breath of the Wild, ein bisschen freier. Und von diesen freien, großen Hauptaufgaben habe ich halt noch nichts gemacht. Und trotzdem schon sehr, sehr viel gemacht. Genau, das heißt, wäre das kein Spiel für die Switch, wäre es meiner Meinung nach völlig Eltern ungeeignet. Denn es ist natürlich schon, wenn man den Abspann sehen will, ein unfassbarer Zeitfresser. Ja, das will ich gar nicht leugnen. Aber, und deswegen jein, man hat halt die Switch. Das heißt, man kann die überall mit hinnehmen. Ich habe zum Beispiel immer Bahnfahrten ins Büro und kann dann da pro Tag, wenn es ein bisschen Verspäte noch hat, allein durch die Bahnfahrten schon auf anderthalb Stunden zocken kommen am Tag. Nur durch die Bahnfahrten. Und dann macht ja das Kind manchmal auch noch Mittagsschlaf oder so. Das heißt, da kann man dann auch nochmal eine halbe Stunde, Stunde spielen. Und, wenn man jetzt Schlafbegleitung macht mit dem Kind, weil es alleine noch nicht schläft oder nicht schläft, weil es gerade krank ist oder was auch immer, dann kann man die Switch ja mit rübernehmen. Dann setzt man sich ans Bett und wenn das Kind schläft, kann man einfach mit der Switch in der Hand, mit dem Handheld-Modus spielen so. Und dann kommt halt noch dieses Pacing, dieses perfekte, quasi Mobile-Pacing. Der Switch kickt da sozusagen noch mit rein. Denn man macht die Switch an, fünf Minuten, hast du irgendwas gesehen. Irgendwas, was dir Spaß macht, garantiert, hast du gesehen und gemacht. Und dafür gibt es eine Garantie. Und deswegen, ja, vielleicht sieht man den Abspann nicht als Elternteil. Aber die Zeit, die man mit dem Spiel hat, ist quasi garantiert eine gute Zeit. Soviel zu meinem Elterntauglichkeitsstatement. Muss natürlich trotzdem wieder selber wissen. Aber das ist wirklich, auch was das Pacing angeht, ein Meisterwerk. So, Schwierigkeitsgrad. Und da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht. Ich hab das von Breath of the Wild auch noch so in Erinnerung, dass es ziemlich schwer ist. Es macht ja so einen lustig, netten, cartonigen, optischen Eindruck erst mal. Aber dieses Ding ist viel schwerer zum Beispiel als Elden Ring oder auch Dark Souls oder sowas. Denn das Spiel zeigt einem nicht so genau auf, wie man sich verstärken kann. Ja, ähm, das Spiel ist ein Spiel, ähm, was einen nicht permanent an der Hand nimmt. So, das ist ein Spiel, was dem Spieler auch mal was zutraut. Ja, auch in Rätsel zum Beispiel wird eigentlich sofort bei Betreten des Rätsels gesagt, ach, guck mal, geh mal da rüber. Ich sollte diesen Schalter betätigen, um zu gucken, ob sich dadurch das Tor bewegt. So wie es in anderen Spielen ist irgendwie. Ich glaub bei, weiß nicht, ob bei Star Wars Jedi Survivor so. Ja, du kommst, du betrittst gerade mal das Level irgendwie und dann sagt er dir schon die Lösung. Also, und davon gibt es ja fast nur Spiele. So was ist bei Tears of the Kingdom nicht. Das heißt, du musst schon wirklich hingucken. Aber das Weltdesign ist halt so genial und so gut, wie ich schon gesagt habe, dass es dir durch viele subtile Hinweise schon die Lösung irgendwie mitteilt. So, ne? Du musst halt hingucken und den Blick schärfen und den Blick vielleicht auch ein bisschen üben und im Hinterkopf haben, was habe ich denn eigentlich für Werkzeuge an der Hand? Wie kann ich die denn nutzen, um an das Rätsel's Lösungen zu finden kommen? Und das finde ich einfach genial, denn das fordert dem Spieler auch ein bisschen was ab. Ein bisschen Gehirnschmalz wenigstens. Und es traut es dem Spieler auch zu. Und das finde ich eigentlich richtig gut, auch wenn man sich bedenkt, dass ja auch Kinder spielen irgendwie, die vielleicht irgendwie noch, ja, wo das Hirn noch ein bisschen in der Arbeit ist, so irgendwie Rätsel zu Blöcke, sag ich mal, wie nennt sich das, IQ-Sachen, so zusammenbasteln sozusagen, wo man irgendwelche Blöcke durch viel zu eng erscheinende Löcher manövrieren muss und dann guckt man, wie man die durchbastelt oder sowas. All das ist ja drin. Also ich kann mir vorstellen, dass es quasi intelligenzfördernd ist, dieses Spiel zu spielen, ohne jetzt ein Psychologe zu sein. Und das Kämpfen ist, wie gesagt, das finde ich tatsächlich viel schwerer als in vielen From-Software-Vertreitern, zum Beispiel Elden Ring oder auch Dark Souls, denn From-Software wird ja immer so als Bockschwer oder sowas dargestellt, aber ich bin jetzt schon viel öfter in Kämpfen gestorben, als ich jemals in Elden Ring in Kämpfen gestorben bin, in Tears of the Kingdom, weil eben das Spiel einem jetzt nicht so offensichtlich sagt, wie man sich verstärken kann. Die From-Software-Spiele geben einem ja bis auf Sekiro immer klar vor, guck mal, hier kannst du leveln, da hast du dein Leuchtfeuer, hier kannst du deine EP in deine Stärke stecken oder in deine Lebenspunkte und dann bist du stärker. Du kannst zum Schmied gehen, deine sowieso schon gute Waffe weiter aufleveln, dann ist die noch stärker. Du hast ein Schild, du hast eine Ausweichrolle, mach. Und ja, klar fordern Spiele wie Elden Ring einen da, aber bei Tears of the Kingdom ist es tatsächlich so, dass du halt einfach tot bist. Du kriegst einen Treffer und bist tot. Weißt noch nicht mal genau, wie du dem überhaupt ausweichen kannst. Und was auch krass ist, selbst wenn man dann mal eine starke Waffe gefunden hat, dann kann die halt auch wieder kaputt gehen. Dann stehst du nach 40 Spielstunden genauso schwach da mit deinem Ast, mit zwei Stärken, wie zum Spielbeginn. Ja, hast vielleicht eine Stärke Rüstung oder sowas gefunden, schon in der Zwischenzeit, aber im Endeffekt bist du wieder der gleiche Schwächling. Und das macht es meiner Ansicht nach sogar deutlich schwerer und bleibt quasi dann auch durchs Spiel hinweg schwer. Gerade bei Elden Ring hatte ich am Ende das Gefühl, ich schnetzel einfach alles weg. Ich hatte da diesen Hund, fiesene Bluthund oder sowas. Und ich habe einfach alles weggehauen. Da waren auch die Bosse überhaupt kein Problem mehr. Es war wirklich mir fast schon zu einfach. Und das nicht, weil ich jetzt irgendwie super viele From... Ich habe zwar alle From-Software-Spiele gespielt, aber ich würde mich da jetzt ja nicht als Extrem-Experten betrachten. Und es war einfach super leicht. So, und das hast du hier nicht. Und ich glaube, ich bin, wie gesagt, bin ja noch lange nicht durch. Ich habe ja gerade mal 15 bis 20 Stunden... Wird hier schwer bleiben. So, klar wird man ein bisschen stärker durch die Schreine, die man löst. Dann kann man ja immer vier von diesen Dingern einlösen, in Herzcontainer oder in Ausdauer. Man wird natürlich schon stärker, aber auf eine andere Art und Weise. Ich klinge übrigens ein bisschen erkältet, weil ich erkältet bin. Ich hatte aber richtig Bock, diese Folge aufzunehmen. Ich bin auch schon wieder weit über den 20 Minuten. Ich möchte jetzt noch zwei Punkte zur Technik. Wie eingangs erwähnt, eigentlich ist es völlig egal, wie die Technik ist von diesem Spiel, weil man einfach... Man startet das Spiel und ist weg. Hörn weg ist in der Welt drin. Und man bemerkt die Technik gar nicht mehr. Und das ist ja eigentlich genauso, wie es sein soll. Dass die Technik quasi komplett verschwindet, die natürlich trotzdem da ist. Aber man merkt sie einfach nicht. Und trotzdem habe ich so ein paar Punkte mir aufgeschrieben, wo natürlich die Switch-Technik einfach leider an ihren Grenzen ist. Man kann zum Beispiel in diese neuen Schreine... Kann man durch den Eingang quasi schon reingucken. Aber beim Hindurchlaufen dann kommt trotzdem ein Ladebildschirm. Und der ist auch noch ziemlich lang. Generell sind die Ladebildschirme ziemlich lang. Gerade wenn man irgendwie mal bei einem Boss stirbt, was man sehr oft tut, ich jedenfalls. Dann muss man echt schon immer ein Stück warten, bis das wieder weitergeht. Da wäre natürlich schnellerer Speicher wünschenswert. Genauso auch die Ladezeiten. Wenn man diesen Deckensprung macht, dann schwimmt der ja sozusagen durch die Decke. Das ist schon eine coole Animation. Aber im Endeffekt kaschiert es ja nur, dass es eben auch eine Ladezeit gibt, bis man dann oben rauskommt. Ich glaube, da hätten sich auch die Entwickler eher einen nahtloseren Zugang gewünscht. So wie es in einem der frühesten Trailer auch war. Da ist er quasi in die Decke rein und oben direkt wieder rausgekommen. Ich denke mal schon, dass sie sich das eigentlich gewünscht hätten, dass es ohne Ladezeit geht. Aber Switch ist halt dann Switch. Und das Gleiche, was mir auch oft gefällt, gerade so in einem großen Modus am großen Fernseher, ist, dass die Schatten natürlich extrem flackern. Die Sichtweite könnte mehr Details vertragen. Oder 60 Frames oder 4K wäre natürlich ein Träumchen im Docton-Modus. Aber wie gesagt, ich muss es echt nochmal sagen, im Endeffekt, ich würde nichts hiervon eintauschen, wenn dafür das Spiel drunter leiden würde. Also das Spiel ist perfekt, so wie es ist. Alles gut. Also es sind wirklich Kritik auf extremen... Ja, man muss es angesprochen haben, aber im Endeffekt ist es egal. Und dann eine generelle Mini-Kritik, die natürlich eine ganz persönliche Sicht unterstreicht ist. Das finde ich eigentlich schade, weil ich meine, Zelda ist ja eine Marke, die schon super alt ist, irgendwie aus den 80er Jahren. Und da war es natürlich so, dass Link und generell alle Leute, die ja Dialoge gemacht haben, Textfenster hatten, weil es technisch gar nicht anders zu lösen war. Ja, wegen Speichergrößen und so weiter. Aber da sind wir jetzt ja lange raus aus der Zeit. Und jetzt haben wir halt irgendwie so angedeutete Cutscenes, ja, mit den Hauptprotagonisten irgendwie, die dann was sagen. So, dann beginnt diese Cutscene und man denkt, ach geil, endlich mal Sprachausgabe, ich kann endlich mal die Stimme von den Charakteren hören. Aber dann ist es nur so eine angedeutete Cutscene, die irgendwie nur zwei Sätze beinhaltet. Und dann geht es quasi wieder zurück ins Ingame. Und dann kommt er nur, ah, oh, und uh, und dann hast du halt unten doch wieder die Textblöcke, so, und dann musst du die halt lesen. Finde ich schade, weil wenn man sowieso schon Synchronsprecher hat, die jetzt die Charaktere sprechen, dann finde ich, zumindest die Hauptcharaktere und die Hauptquests, die hätte man dann, hätte man doch vertonen können. also ganz am Anfang, da spoilere ich jetzt nicht, läuft man mit jemandem eine Treppe hinunter, ne, und davor ist eine Cutscene, wo dieser jemand was gesagt hat, und, ähm, dann läuft man die Treppe runter, und dann kann man diese Person nochmal anklicken, und dann macht sie, ah, und dann sagt die Person halt nochmal was, im Textblock. Also wenigstens sowas hätte man noch irgendwie vertonen können, dann läuft man die Treppe runter, und während man runterläuft, das schaffen andere Spiele ja auch, spricht die Person halt noch ihre Sätze zu Ende, so. Und man kann es ja schon ins Gameplay einbinden, so, aber, und dann ist Link höchstpersönlich, ist auch komplett stumm, und auch das ist so, so ein bisschen strange, also ich kann es natürlich verstehen, man hat dann diese leere Leinwand sozusagen, die man sich selber ausfüllen kann, und so, das verstehe ich alles, ähm, aber trotzdem, also ich fand es irgendwie cringe, ja, alle Personen sprechen mit einem, irgendwie auch dann in den Cutscenes am Anfang, und der ist halt einfach nur stumm, und trotzdem wissen die, was er von denen will, so irgendwie, ja, es ist, also ich fand es cringe, aber ich kann natürlich verstehen, dass Leute das, ja, als oberste Riege empfinden, dass Link stumm bleibt, ja, deswegen macht Nintendo das wahrscheinlich auch, ne, die wissen ja auch, was die Leute wollen, ähm, ist nur meine ganz persönliche Meinung, ich find's komisch, man hat jetzt allen Charakteren irgendwie eine Stimme gegeben, aber dann wiederum auch nicht, also da hätte man es entweder gar nicht machen, ganz ehrlich, oder eben richtig machen, so, wenigstens was die Hauptquests angeht, aber, wie gesagt, Mini-Kritik, das schwächt die Spielerfahrung eigentlich doch in keinster Weise, denn, im Endeffekt ist es scheißegal, ob das Spiel eine Story hat oder nicht, denn du spielst es einfach zum Spielen, und das funktioniert perfekt, und dann auch nochmal eine Mini-Kleine, also zwei Mini-Kleine-Kritikpunkte, einmal, ähm, ja, speichert jetzt Rezepte, das find ich an sich cool, aber, ich find's mega clunky, zu diesen gespeicherten Rezepten hinzufinden, und dann zu sagen, jetzt automatisch alles davon in die Hand nehmen, damit ich's kochen kann, also einerseits cool, dass es das jetzt gibt, und dann haben sie's aber irgendwie ein bisschen clunky gemacht, da in dieses Menü reinzufinden, find ich jedenfalls, ähm, schreibt mir gerne in die Kommentare, wenn ihr da einen einfachen Weg gefunden habt, dann schau ich mir das nochmal an, und, ähm, es ist jetzt tatsächlich noch schwerer geworden, dem roten Faden zu folgen, irgendwie, als in Breath of the Wild, da wusste ich zumindest irgendwie immer, auch wenn ich's dann trotzdem nicht gemacht hab, äh, wusste ich zumindest immer, wo ich als nächstes hin will, so, weiß ich jetzt auch, aber ich weiß nicht genau, warum ich da eigentlich hin soll, das war irgendwie, ein bisschen besser gelöst in Breath of the Wild, aber, selbst wenn man dann da hingeht, man weicht ja eh alle zwei Meter vom Weg ab, deswegen ist es am Ende des Tages auch völlig wurscht, aber, ähm, wenn man's anspricht, würde ich sagen, der rote Faden fehlt mir hier, ein bisschen mehr, als in Breath of the Wild, aber auch das, wie gesagt, völlig Latte eigentlich, perfektes Spiel, so, und wie spiel ich jetzt das Spiel eigentlich? Genau, also, ich lauf tatsächlich einfach völlig planlos durch die Spielwelt, halte die Augen auf, und geh hin, was mir gerade ins Auge fällt, ja, und, äh, ich hab auch mit meinem Schwager gesprochen, der spielt das ja komplett anders als ich, der bastelt wirklich eben alle Sachen mal ans Schild, und hier und da, und ich heb mir die immer schön fleißig auf, für später mal, ne, und ich denke, oh, aber was ist, wenn ich genau dann, äh, den Düsenjet brauche, äh, wenn ich gerade keinen Düsenjet dabei habe, so, dann, ich heb mir den lieber auf, so, so spiel ich das Spiel, ist vielleicht ein bisschen schade, aber, ähm, ich hab natürlich trotzdem schon unfassbar viel ausprobiert, aber er probiert tatsächlich noch viel, viel mehr aus, und es ist immer wieder verrückt, wenn er mir schreibt, hier, guck mal, ich hab das gerade gemacht, und es geht, und dann passiert das und das, und, äh, ja, wie gesagt, jeder hat da halt seinen extrem unterschiedlichen Stil, so, und das wollte ich nur ganz kurz noch dazu sagen. So, das war meine Folge, über Breath of the Wild, ist wie gesagt, ganz kurz nochmal zurück, zurückblickend, so als Fazit nochmal, es ist ein absolutes Meisterwerk geworden, ähm, sehr anders, als ich irgendwie erwartet habe, ich hatte ja doch ein ganz anderes Spiel, als Breath of the Wild erwartet, und es ist, es ist beides gleichzeitig, es ist exakt das gleiche Spiel, und trotzdem ein extrem anderes Spiel geworden, ähm, weil die Spielwelt ist natürlich, da ist auch kein Stein mehr auf dem anderen geblieben, und man ist natürlich wie immer komplett sofort neugierig, auf das, was man da findet, und, ähm, das heißt, die Spielwelt funktioniert wie, wie beim Vorgänger auch schon, perfekt, ja, Punkt, da kann man nicht mehr zu sagen, perfekt, und eben auch die Spielmechaniken greifen, so perfekt, Hand in Hand, und sie werden aber eben auch von den Entwicklern, so aus einem rausgekitzelt, weil sie ja eben genau um diese Stärken wissen, dass man eben dazu auch gebracht wird, die Sachen auszuprobieren, und damit rumzuspielen, und man denkt immer wieder, ah, es ist so krass, dass das alles geht, und man könnte sich wahrscheinlich stundenlang mit Leuten zusammen drunter unterhalten, ja, hast du das Rätsel gemacht, ja, hast du das und das gemacht, hä, was, hätte ich gar nicht gedacht, dass es überhaupt geht, ich hab's so, so und so gemacht, und der dritte und vierte und die fünfte Person sagt wieder komplett andere Dinge, und alles hat funktioniert, und alle sind aber extrem unterschiedliche Wege gegangen, und das ist halt einfach nur der Hammer, ja, wenn ein Spiel sowas schafft, und einen auch eben vergessen lässt, obwohl es in jeder Hinsicht nach ein Spiel ist, einen vergessen lässt, dass es ein Spiel ist, ja, weil es einfach technisch so rund ist, und so toll läuft, und, ja, klar, eine Switch 2 wäre besser, aber, das ist wie gesagt, das hätte das Spiel jetzt nicht besser oder schlechter gemacht, wenn ich keine Ladezeiten beim Betreten von einem Schreien hätte, oder so, also wirklich absolutes Meisterwerk, und auch allen Eltern da draußen, die vielleicht auch schon ein bisschen größere Kinder haben, würde ich es auf jeden Fall empfehlen, weil ich glaube tatsächlich, ich glaube gerade so diese Rätselgeschichten, die können mit einem IQ, glaube ich, nur gut tun, ja, weil die sind echt so schlau und so kreativ gemacht, ja, einfach toll, einfach toll, Punkt. In der nächsten Episode weiß ich noch gar nicht so genau, was ich machen möchte, es kommt, steht ja jetzt nächste Woche die State of Play an, von Sony, und in der Woche drauf, glaube ich schon, aber vielleicht auch erst die wiederum da drauf, stehen die ganzen Sommergamingkonferenzen an, von fast allen Herstellern, die haben sich ja da schon angekündigt, Microsoft und so weiter, bin ich sehr gespannt, und da werde ich wahrscheinlich in der nächsten Episode, entweder nur über die State of Play sprechen, oder schon über alle von den Sommerkonferenzen, dann warte ich jetzt wahrscheinlich ein bisschen länger, vielleicht drei Wochen oder so, dann sind die alle durchgelaufen, und da möchte ich so ein bisschen über die Ups und Downs sprechen, für mich persönlich, ja, die Sachen, die mich da interessieren, und vielleicht gibt es dann auch nochmal ein Abschluss, Fazit, zu Tears of the Kingdom, wobei ich nicht glaube, dass sich das groß ändern wird, zu dem, was ich heute gesagt habe. Das heißt, bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit, ich hoffe, ihr spielt Tears of the Kingdom, denn das Spiel zeigt euch endlich mal wieder, warum wir Gamer eigentlich zocken, für den Spaß an der ganzen Geschichte. Tschau. Daddy zockt.